Jedes Mal, wenn sie Anzeige machen wollte, hat mein Chef sie weggeschickt. Sie wurde ausgelacht. In Bosnien lacht man über Frauen. Sie lachen sogar über meine Mutter. Und man bestraft keine häusliche Gewalt. Gestern wollten sie helfen. Gut, zeigen Sie mir, wie man vorgeht. Das ist nur der Krankenhausbericht. Sie haben keinen Polizeibericht. Sie müssen wie folgt vorgehen. Sie leiten gegen ihn ein Verfahren wegen schwerer Körperverletzung ein. Gehen Sie ins Krankenhaus und bringen Sie die Ärzte, die Sie behandelt haben, dazu, Ihren Verdacht zu bestätigen. Dann haben Sie vielleicht eine Chance. Und ganz wichtig, Sie müssen... ...auf Gerichtsfälle verweisen, in denen bei ähnlichen Angriffen der Täter wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurde. Wenn unsere Gerichte entscheiden, dass es eine Straftat ist, einen Mann in einer Bar niederzustechen... ...dann sollte das Recht auch bei einer Frau angewendet werden, die zu Hause angegriffen wird. Das Gericht hat die Beweislage gewürdigt und entscheidet in der Anhörung zugunsten von Zlatan sehr. Untertitelung des ZDF, 2020